Go! Energiespar Klimahelden, das ist Twino, das ist Max. Hört gut zu, wir brauchen euch jetzt bei unserer Klimarettungseinsatz. Denn nur als Klimaheld retten wir die Welt. Wir sind Olaf! Und Orangia, ura, guten Tag! Und wir haben eigentlich gar keine Zeit, über unsere Probleme mit dem Klimawandel zu reden. Obwohl es so wichtig wäre! Klimawandel heißt nun erst einmal, dass es langsam aber sicher auf der gesamten Erde immer wärmer wird. Hey, wir mögen es doch schön kalt. Oh ja, aber in letzter Zeit wird es immer wärmer und es kennt unser Körper gar nicht und das ist der Stress. Komm da ein Klimaheld und rette unsere Welt! Und wir haben jetzt ein paar Untersuchungen, Pad Jiménie. some